So, jetzt war meine Tochter auch mit von der Partie. Apropos Party, es gibt natürlich verschiedene Sorten von Partys, auf die man eingeladen werden kann. Ich will mal kurz drei Beispiele geben. Erste Party, ein großer Bungalow, 150 Quadratmeter Wohnhalle, Kamin knistert im Hintergrund, leichte James-Last-Musik und der Hausherr begrüßt die Gäste. Herzlich Willkommen zu unserer Party, das ist meine Frau, Ihre Garderobe können Sie hier ablegen, das kalte Buffet steht da und die Toilette ist dort hinten. Zweite Party, Eigentumswohnung, 30 Quadratmeter Wohnzimmer, Eiche eingerichtet, im Hintergrund singt Heino und der Hausherr begrüßt wieder die Gäste. Herzlich Willkommen in unserer Garderobe, Sie können sich während der Party hier oder dort hinlegen und am kalten Buffet in der Toilette bedient Sie meine Frau. Dritte Party, erster Stock, Hochhaus, zum Hinterhof raus, ein Zimmer, im Hintergrund spiel mir das Lied vom Tod. Der Hausherr begrüßt die Gäste. Herzlich Willkommen in unserer Toilette. Legen Sie die Garderobe ruhig auf das Buffet und setzen Sie sich auf meine Frau. Der Hausherr begrüßt die Gäste. Vielen Dank.